Hallo Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zu... Ja, eigentlich ist es O again, aber dieses Wochenende ist schon wieder kein Doppel-Star-Coins-Wochenende und ich habe das Gefühl, dass Star Stable meine Videos guckt und sagt, ne, wir bringen jetzt kein Doppel-Star-Coins-Event raus, bis ihr sich ein Star-Rider-Abo gekauft habt. Ähm, und ja, wir hatten das schon mal angesprochen, was ich denn machen soll, wenn jetzt wieder kein Doppel-Star-Coins-Wochenende kommt und dann hattet ihr geschehen, die macht doch einfach mal die Quest auf Alicia Snowdorter dann weiter. Und es ist jetzt nicht unbedingt SSO again, also dass ich die Story noch einmal spiele, sondern diesmal sind es Quests, die ich noch nie gemacht habe. Aber das ist auch was Neues und, äh, ja, dieses Wochenende dann halt mal von meinem Haupt-Account und mit dabei ist die Juju! Hallo! Ah, sehr schöne Einleitung. Kriegen wir doch sehr gut hin. Ja, die Juju hat eine ganz andere Quest, ähm, wie ich bei Professor Hayden. Wir stehen hier gerade in der Epona und, ähm, ich habe aber gerade die Hoffnung, dass wenn ich jetzt mit Professor Hayden rede, dass ich genau dieselben Quests habe, die Juju jetzt auch hat und ich hoffe einfach, dass das klappt. Okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich muss nämlich mit diesem Zelt reden, okay? Okay. Okay. Nicht zu Hause. Wenn es Alicia ist, bist du zu spät. Warte dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Okay, ich habe allerdings gar keine Ahnung mehr richtig, was ich gemacht habe beim allerersten Mal. Ich weiß, dass ich die Quest nicht weit gemacht habe, sondern irgendwie musste ich Insekten oder Sonstiges anlocken und dann hat er mich fortgeschickt und dann kam ich nie wieder. So für zwei, drei, vier Monate gefühlt. So, okay, jetzt steht hier der Hayden. Da bist du ja, Jugendliche. Alberta ist gestern sicher zu Hause angekommen. Sie ist ein kleinerer Bauke. Ihr war wahrscheinlich nur langweilig, aber sie hat mir versprochen, heute zu Hause zu bleiben und nicht mit Pamelas Bienen zu raufen. Du kannst Alberta später treffen. Sie ist nur etwas schüchtern bei neuen Leuten. Sie ist flauschig und kuschelig. Ein richtiger Schmusebär, wenn du mich fragst. Ich dachte, dass du kein Interesse hättest, aber wenn du nichts Besseres zu tun hast, könnte ich dir zeigen, wie ich arbeite. Ach, du findest das spannend, klingt? Nee, eigentlich nicht. Ich mag überhaupt keine Insekten. Ich will das eigentlich nicht wissen. Hm, Jugendliche. Also die Insekten von gestern sind nicht mein Job. Vielmehr mein Hobby. Wie ich sicher schon erwähnt habe, arbeite ich für AAE und ich bin hier, um den Spiegelsurf zu erforschen. Wie du sicher gemerkt hast, unterscheiden sich die Temperaturen in diesem Gebiet von der anderer Gebiete. Das liegt an dem heißen Wasser, welches aus der Mondquelle fließt. Warum das Wasser heiß ist? Hm, das ist doch klar. Es liegt am alten Vulkan, der hier einst existiert hat. Das ist zumindest meine Theorie. Einige andere Dummköpfe haben andere Erklärungen dafür. Aber wenn du mich fragst, ist es der Vulkan. Nun, weißt du, weshalb ich hier bin? Und jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, ein paar Wasser- und Bodenproben zu entnehmen. Hast du das schon mal gemacht, Juju? Wasser- und Bodenproben entnehmen? Ich weiß es nicht. Hast du hier das Lager schon aufgeräumt? Ich glaube nicht. Ich habe wirklich, glaube ich, nur diese Insekten hier einfach eingesammelt. Okay, ja, dann machen wir weiter. Aber genug vom Spiegelsumpf, der Mondquelle und dem Vulkan. Wir haben jetzt wichtige Dinge zu tun. Oh, okay. Nun weißt du, weshalb ich hier bin und heute muss ich mich darauf konzentrieren, ein paar Wasser- und Bodenproben zu entnehmen. Ja, das sagtest du bereits. Warum erzählst du es mir nochmal? Hier, jetzt habe ich zwei Quests. Ich hatte einmal Spaß und das war schrecklich. Es ist einfacher, wütend zu sein, als zu lächeln. Kommt die dir bekannt vor? Nö, mir kommt gar nichts bekannt vor. Oh Gott, okay. Lücher, es ist Zeit, sich auf den Boden zu konzentrieren. Wenn ich die Erde des Spiegelsumpfes teste und die nötigen Messungen durchführen will, muss ich Bodenproben sammeln. Was? Du willst das machen? Das ist kein Spaß. Das sollte keinen Spaß machen. Ich hatte einmal Spaß und das war schrecklich. Hm. Was soll's. Geh und sammle Bodenproben. Aber hab keinen Spaß. Heiliger Regenwurm, diese Jugendlichen. Wieso hat man bei Bodenproben sammeln Spaß? Wieso hat man da keinen Spaß? Es gibt Leute, die haben da Spaß. Aber ich habe daran keinen Spaß. Ja, aber andere Leute vielleicht. Aber warum sagt er, dass ich Spaß habe? Weil du vielleicht Spaß haben sollst. Nein, er hat ja gesagt, ich soll keinen Spaß machen. Oh Gott. Kompliziert. Okay. Was? Du glaubst, dass ich mehr lächeln sollte? Hm, lass mich dir was erzählen. Ich hab, du benutzt mehr Gesichtsmuskeln, wenn du grießgrämig aussiehst, als wenn du lächelst. Was soll ich sagen? Ich bin süchtig nach Training. Ah ja, deswegen hast du auch so viele Falten. Aber okay. Aber genug davon. Wir müssen Wasserproben für meine Tests sammeln. Ach so, du willst sie sammeln? Hm, von mir aus, es ist wichtig, dass die Proben alle von verschiedenen Stellen im Sumpf stammen. Gut, du verstehst. Also drei verschiedene Wasserproben will ich haben. Okay, gut, dann sammeln wir einfach mal. Ich hab hier einfach ein paar Stellen, die ich jetzt... Ähm... Oh nein, ich muss nicht absteigen. Oh mein Gott, ich muss absteigen. Oh. Wow. Echt jetzt? Erinnerst du dich daran auch nicht mehr? Ich glaub, ich glaub, das hab ich schon mal gemacht. Echt? Komm ich hier auch ohne das Pferd über die Quelle? Nein. Ich glaub nicht. Boah, dann muss ich immer auf und absteigen, auf und absteigen. Ja, du musst... Hm? Du musst dreimal aufsteigen und absteigen. Nein, sechsmal insgesamt. Oh, 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 oh. Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Ich muss selbst hier absteigen, das ist doch nicht wahr. Ja, was gibt es denn Interessantes? Sorry, dass ich dir ins Wort falle, Juju. Kein Ding. Wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, dann zum dritten Mal. Also, Interessantes gibt es tatsächlich, denn Star Stable hat heute auf der Newsseite etwas angekündigt, und zwar haben sie erläutert, dass es halt nicht immer möglich ist, so ein großes Update zu bringen und so weiter, weil es halt Zeit braucht und alles viel Arbeit ist und sie haben ein Bild eingefügt von der Stallerweiterung im Star Stable, aber, dickes, dickes, fettes, aber, die Stallerweiterung kommt erst Ende dieses Jahres. Am Ende. Also im Dezember 2016 oder November 2016. Keine Ahnung genau. Ich finde es jetzt persönlich nicht unbedingt schlimm. Ich brauche keine Stallerweiterung, Juju. Wie siehst du das? Ich brauche auch keine. Du brauchst auch keine, okay. Ich meine, wir haben zwar genug Pferde, aber meine kommen immer auf die Insel. Deine? Ja, ich habe auch nur zwei Pferde im Stall stehen, ja. Ja, gut, okay. Aber sonst hast du doch noch ein paar Pferde, ne? Ja. Wie viele hast du denn? Lass mal gucken. Ich habe nicht so viele, weil ich ein paar verkauft hatte. Ja, ja, das kenne ich. Und ich kaufe allgemein wenig Pferde. Ja, aber auch voll fleißig hier auch. 5, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sind ausgelevelt und nur 2 nicht. Und, nee, du sitzt ja noch auf deinem Feuerblut, also 30. Okay. So. Äh, Hallöchen Jenny. Sorry, wir sind mitten in der Aufnahme. So, okay, die Wasserproben. Ähm, ich glaube, ich muss noch in die Richtung gehen. Okay, ich folge dir. Also, ich bin schon fast fertig. Fast. So. Also, ich freue mich überhaupt nicht auf diese Spinnenquest. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich die machen soll. Jenny hat schon gesagt, ja, wir machen die und dann ist sie per Team-Viewer auf meinem PC und reitet dann mit mir, wenn es um diese Spinne geht. Ja, ich weiß, ich stelle mich da an, aber, äh. Die sieht... Was ist denn diese kleine Süße? Die ist überhaupt nicht süß. Die ist einfach dick und flauschig und pelzig und... Uah. Die Alberta. Wie die Spinne, die hinter dir sitzen könnte. Ja, ja, äh, 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 Juju, das ist einfach meine Meer-Speiche. Stop it. Okay, so, Professor Hayden. Hm, hast du die? Und die sind von verschiedenen Stellen? Ja, habe ich doch gesagt. Hm, ich muss zugeben, dass das sehr schnell ging. Ähm, genug Komplimente für heute. Okay, ja, das war's auch schon für heute. Juju und ich, ähm, ja, mal gucken, ob Juju in der nächsten Folge noch mit dabei ist. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall mit dabei warst, Juju. Bitteschön. Dankeschön, dann ist man nicht so alleine. Und, ja, ich hoffe, das ist für euch jetzt okay, dass ich diese Quests mache, weil ich sehe es einfach nicht ein, dass ich jetzt für drei Monate Star Rider kaufe, ich aber 300 Star Coins dadurch weniger bekomme und irgendwie ist es mir das nicht richtig wert. Ich meine, wir reden hier von 300 Star Coins und, ja, man könnte jetzt sagen, ja, du hast aber jetzt schon durch zwei Wochenende 200 Star Coins jetzt nicht bekommen. Das heißt, du hättest nur noch ein Plus von 100 Star Coins, das ist richtig. Aber es geht mir hier ums Prinzip. Ums Prinzip. Ums Prinzip, ja. Okay. Ich wünsche euch ein stilles Wochenende. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, eure Lisha und Juju. Boah, wennst du gut. Yay. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschau.